Ich bin wie Feuer und mein Lieb wie Eis. Doch warum friert die Seele ihr so sehr, dass sie anstatt zu schmelzen, wenn es heiß, noch härter wird, je stärker ich begehr? Und warum brenne ich stets mehr und mehr und werde von der Kühle nicht gestillt? Ja, lodere viel Ärger denn vorher mit einer Flamme, die besonders wild? Ob unter dem großen himmlischen Gefild ein solches Wunder je gesehen ward? Dass Wärme durch die Kälte weiter schwillt, dass Kälte durch die Wärme fester starrt? Ein Werk der Liebe, die im reinen Geist den Kräften eine neue Richtung weist. ... ...